guten tag meine freunde jetzt bei dem schönen wetter endlich mal die gopro geschnappt und raus in die natur dieses video wird jetzt mal kürzer und zwar suche ich noch bands für den sampler jetzt ist schluss mit caspar mucke ich habe erst ein paar bands und ich brauche noch viel mehr ich versuche 20 bands auf den sampler zu bringen ich glaube ich habe erst fünf oder sechs und wenn ihr eine qualitativ gute das metal band seid und ihr bockt mit auf dem sampler mitzumachen der den legacy beigelegt wird dann schreibt mich an und dann ja ich brauche noch bands meldet euch